Freut euch auf den schönsten Partyherbst überhaupt. Am Mittwoch, den 2. Oktober, kommt Markus live zur 80er Megaparty in der Eventhalle. Er bringt euch die bunten Jahre zurück. Zusammen mit DJ Daniel Mellegi, DJ Gandhi und DJ Oldschool. Am Samstag, den 12. Oktober, geht es zurück in die Zeit des Techno. Fünf Live-Acts und DJs feiern mit euch zu den Beats von Marusha, Westbam, Quicksilver, Charlie Low Noise und vielen anderen bei der Rave Classics in der Eventhalle Ingolstadt. Nichts für schwache Nerven. Die größte Halloween-Party der Region am Samstag, 26. Oktober im ARA Hotel Ingolstadt. In sechs Areas plus dem Keller des Grauens erwartet euch das Schrecken und die beste Partymusik von über 10 DJs aus der Region. Alle Ü30er aufgepasst. Am Samstag, 2. November, steigt die größte Ü30-Party der Region mit 70er, 80er, 90er und Charts, der Rock Area, einer House Area und Karaoke. Unser Tipp für 2014, die 5. Winterbeats. Am Samstag, 8. Februar in der Saturn-Arena mit über 30 DJs und Live-Acts. Weitere Infos zu allen Veranstaltungen und zum Vorverkaufsstart auf megazin.de beziehungsweise auf Facebook auf einen partyreichen Herbst-Winter 2013.